weiter geht's wieder mit der nächsten version liefere die vorräter zum restaurante alles kirschen wo ist das was war na ja da haben sie tatsächlich recht in hässlich der hat er gut hat er noch nicht drauf aber das wäre besser dass wir jetzt an der schalldämpfer wieder weg glaube ich schlusskontrolle ja gar nicht das ding ich habe noch eine kiste schmerzmittel oder schmerzmittel besser trotz hat die gesundheit heilen zeit nur egal ich ball das nötig das ist ein komisches langsames tor nela ja 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 Die Kiste liegt auch noch da unten, ne? Ja, aber ich muss ballern. Nur nicht vergessen. So. Dann die Kisten. Oh. Das ist viel zu viel. Das ist nicht. Wo ist das? Wo kann ich das durch? Ja, aufmachen. Äh, so kommen wir schon mal durch. Da kann man aufmachen. Das ist Restaurant. Ja. 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 Gut. Minigarn. Stacheldraht. 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 Ähm. Ne, die Kisten. Ich war die Kisten aus. Ja, ne? Hier drüben, ja. Dahin, okay. Ja. Wenn ich das hier sehe. Ähm, dann wo die. Der Rückschlosshaube ist echt besser geworden bei der Waffe, auf jeden Fall. Die hätte man auch noch den Stachel draus benutzen sollen. Ah, wir haben da spezielle Wellenzeit wieder. Okay. Äh, äh. Und Stacheldraht mitnehmen. Dann haben wir noch einen Stachel draus. Ich hab mir den Mark dran. Hier noch irgendwas Gutes. Kann ich da was drauf machen? Oh. Okay, die sieht ein wenig weird jetzt aus, die Desert Eagle, aber egal. Macht nix. Aber me. Da ist drauf, nicht mehr. Und ihn hier drüben. In Deckung! Was ist jetzt meins? Keine Zeit dafür. Rade nach! Da, da, Finger! Ich sollte wohl diese Blutung stoppen. Ich mach mal Stacheldraht. Ah, hier. Mitnimm. Okay, auch. Ich kann dann mal hier irgendwo hin. Da ein Stacheldraht. Da ein. Ich mach mir. Noch mal einer hin. Da noch einer hin. Ein Liffel Stahldraht. Oh, hier soll ich schuld sein. Wir gehen die Kugeln aus. Wenn man noch über einem E-Druck zählt. Die Sprech. Das sieht ja ganz gut aus. Noch. Ja, ich denke schon, dass das auch noch so bleiben wird. Ich brauche das nicht mehr. Hey. Dann ist das lebt noch. Vielleicht. ist im leben gut gemacht ja gut die geht runter gute arbeit jetzt ruht euch aus ihr habt es verdient wir treffen uns hier nach einer pause 2 2 2 4 5 6 7